Willkommen in einem neuen Let's Play Star Wars The Old Republic und ich habe umgeskillt auf, was ihr wolltet, Wahnsinn, hier, ein bisschen, ich habe nicht viele Punkte, aber es geht ja um den Gedanken, ne. Ah, ja, und es ist viel passiert, ähm, hier, patch-technisch, ähm, danke, dass du dieses Jahr Teil unserer Community warst, ja, bitte. Du hast eine besondere Feuerwerkskiste zum zweiten Jahrestag sowie imperiale und republikanische YR02-Scout-Lackierungen erhalten und das zweijährige Jubiläum von Star Wars The Old Republic zu feiern. Sobald du die Gegenstände genommen hast, klicke sie im Inventar an, um die Lackierungen freizuschalten. Nach der Freischaltung sind sie im Hangar des galaktischen Raumjägers verfügbar, den du mit einem Klick auf das Raumschiff-Symbol an der linken Seite der Minikarte im Spiel aufrufst, die sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet, macht dich bereit und stößt dich in Raumkämpfe mit unserer digitalen Erweiterung Galactic Star Fat. Ja, leider kann ich das euch nicht zeigen, weil ich kein Abonnent bin und Abonnenten dürfen, glaube ich, erst ab neuem Jahr irgendwann Raumkämpfe machen. Also, glaube ich. Ich hoffe, oder ich hoffe nicht, weil die schreiben da irgendwie, dass sie fähige Piloten brauchen. Ich bin aber kein fähiger Pilot, also, tja, Pech gehabt. Geht das trotzdem? Kann ich das aus meinem Inventar irgendwie wegmachen? Okay, ich habe nicht die Klasse. Gut, dann benutzen wir das. Und benutzen wir... Was? Das Feuerwerk? Wie geht das dann sofort? Da ist doch dann nur... Ah, okay. Feuerwerk! Yay! Noch mehr Feuerwerk! Ich habe doch schon so viel! Okay, das können wir auch aufheben. Mein Inventar wird wieder langsam voll. Genau, und es ist hier noch Weihnachten... Ne, wie heißt das bei denen? Lebensfest oder so. Titel Winter Warrior. Uh. Mhm, sehr schön. Und genau. Ich liste mich mal fürs PvP so lang. Ähm. Ähm. Was machen wir hier noch? Ach so, kehre zum PvP-Terminal zurück. Stimmt. Das müssen wir noch abholen. Lalalala. Ich dachte, ich mache mal wieder ein bisschen Low-Level-Pvp. Weil ich da gerade voll... ...Lust drauf habe. Ähm. Ähm. Ja, ich bin hier richtig, oder? Okay. Raumjäger-Einführung. Oh nee. Ich kann das doch nicht annehmen. So. Gut. Null Toleranz. Nehmen wir auch an. Ähm. Das nehmen wir nicht an. Nein. Versuche es nicht. Jetzt betreten. Ja, ja. Kennen wir schon. Hauskatze ist jetzt der Operationsanführer. Oh mein Gott. Hauskatze. Okay. Ich... Und ich habe hier auch noch die Medi-Packs und Aufputscher für Kriegsgebiete, die ich irgendwie immer vergesse zu benutzen. Ich weiß auch nicht. Achso, hier gibt es ein Skill-Todesfeld jetzt in der Wahnsinns-Skillung. Ähm. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil es Instant ist und mich auch ein bisschen heilt. Ja, ein Prozent. Uh, ja. Ein Prozent. Aber immerhin. Immerhin. Gut. Dann haben wir ein Level 19 Scharfschützen und 13 Marute. Oh, die sind alle relativ niedrig. Bin ich hier die Hüste? Oh, ich glaube, ich bin die Hüste. Höh. Okay. Okay. Ich glaube, ich brauche später noch einen, ähm, Kriegsgebiet-Wochenpass. Also, ist so... Ja, ich habe genug Geld. Oh, sehr gut. Habe ich mir aber nicht alles selber verdient, danke an die ganzen Spender, glaube ich. Denke ich mal. Okay, jetzt kommt er, ich mach euch kaputt. Ähm, okay, nein, du Nix, da tappen. So. Ich stun den mal so ein bisschen. Ach, der ist nur Level 13. Oh, ein kleiner, ein kleiner, kleiner. Oh, der schlägt mich mit dem Schwert. Ich sollte eigentlich hier raus. Kaputt. So, jetzt tappen wir mal. Rechts helfen, bitte. Ähm, okay, ich geh mal. Du, der, du machst das schon. Oh, ja, das sieht nicht so gut aus für den. Ähm, ich sollte mich mal irgendwie heilen. Oh, 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 oh. Oh Gott, wie viele sind das denn? Oh mein Gott, schaffe ich die alle überhaupt? Okay, jetzt machen die mich erstmal fertig und ich vermisse meine Schutzbubble vom Gelehrten. Geh weg. Geh weg, geh weg. Nix da, du greifst da nicht zu. Er wäre ja noch schöner hier. So, und jetzt bin ich tot und ist niemand hier? Doch, da sind sie. Hinten hat sie am Tappen. Oh, hier ist Hauskatze. Okay. Ich glaube, sie hindern sie nicht. Schnell. Riviera rennt. Buff dich. Auf den Weg. Da hinten, da hinten, da hinten. Oh mein Gott, sie tappen. Der hat so wenig Leben. Machen wir das noch? Geh weg. Weg. Oh Gott. Die sind so übel drauf. Ähm. Wollen hier nicht mal welche kommen von mir? Ah, da ist einer. 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 Okay. Aber Hauskatze hat die Operation verlassen. Oh nein, sie tappen. Okay. Ja, die machen wir jetzt einfach kaputt und dann hat das keiner gesehen. Ah. Ach, komm. Gehen wir eben mal sowas hier. Kaputt. So, und den anderen hindere ich jetzt mal ein bisschen. Ah. Der traut sich nicht. Na. Okay. Solange meiner so lange tappen kann. Ich lass ihn mal tappen. Ja, das machst du gut. Gut. Der kam auch nicht raus. Ich dachte, der kommt jetzt raus. Äh. Aber wer holt denn jetzt? Was macht ihr denn da? Ihr seid in der Mitte, aber... Ihr lasst sie tappen? Was geht denn? Jemeni. Naja. Gehen wir mal. Ach, das sind ja zwei. Drei. Ich muss hier mal weg, sonst... Ich muss warten, bis die anderen kommen. Zu nein. Ihre Artillerie führt dem feindlichen Bunker Schaden zu. Gut gemacht. So. Gott, das sind so viele. Lass mich. Weg. Oh, das sind ein paar viele. Okay, wir... Ah, wir haben schon das andere. Okay, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Auf geht's. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Geh weg. Gehst du weg? Hallo, du hast nur noch ein bisschen Leben und ziehst mich hier an. Aber ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Anziehen. Aber egal. Na, ich geh mal hier hin. Da deft keiner? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann deft ich jetzt hier. Bin zwar ein schlechter Deffer, aber okay. Bin hier kein Tank. Ah. Oh Gott, kriegt der viel Schaden. Ja, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen auf Heiler gedingst. Oh, da hinten sieht es vielleicht übel aus. Ich weiß nicht. Die schreiben nix. Es ist immer so die Ruhe vor dem Sturm. Oh, der ist kaputt. Der ist jetzt auch kaputt. Na, so macht man das. Tschüss. Ich stun den mal. Äh, der messert mich. Doof. Oh Gott, ich muss mich selber irgendwie beschützen. Das klappt aber nicht so gut. Äh. Aber wir haben alle drei. Gut, dann geh ich mal in den Süden. Oder schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Er tippt. Er tippt. Komm schon. Du tippst nicht. Geh weg. Geh weg. Ja. Was denkst du dir denn? Und du erst. Machen wir erst mal den weg. Ich will den irgendwie. Ja, der Feind nervt. Seine Einnehmerei hier. So, dann machen wir den. Oh, der andere ist schon kaputt. Sag mal, was wisst ihr eigentlich von mir? Da. Nix da. So. So, wir kommen jetzt schnell wieder zurück in den Süden. Oh, da ist niemand. Und da sind rote. Und die tippen jetzt sicherlich. Äh. Warum war dann da niemand? Niemand. Absolut niemand. Aber das holen wir uns einfach zurück. Äh. Uah. So. 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 Ähm. Ja. Die gehen alle auf mich. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen. Aber das ist kein Drama. Kein Drama. So. Machen wir jetzt einfach kaputt. Hey, wieso bin ich allein hier? Was geht? Okay. Okay. So. Wir haben immerhin Westen. Hey. Ich wollte da gerade rausgehen, ja? Gerade wollte ich raus. Was habe ich denn hier noch? Entionisiert. Kann nicht von statische Barriere... Kann nicht sie von statische Barriere werden. Yay. Was auch immer noch mal statische Barriere ist. Gut. So. Da zergen die da vorne. Da deft einer. Und da hinten... ... ... ... ... verprügelt. Ich komme. Irgendwann. Komm, 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 komm. Ich laufe schneller, Revier. Oh, oh. Einer von uns wird angedingsst. Ich will nicht, dass er stirbt. Los. Wo ist der? Da. Da. Da hinten... ... ... ... Das sind jetzt eh nur noch 4%. Und die sind alle im Süden. Oder? Ja, sicher. Naja. Wir haben gewonnen. Yay. Oh, ein Novara-Spiegelmann. Oh mein Gott, ich bin ganz oben. Oh mein Gott, was tue ich denn? Ja, man sieht, ich bin irgendwie immer noch auf Heilers und ein bisschen im Kopf. Weil, ja, die Heilung hätte ich eigentlich Schaden machen sollen. Aber was soll's. So, haben wir hier einen Heiler oder so was? Nö. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge.